Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Name ist Matt und heute möchte ich mit euch die guten Vorsätze für das neue Jahr thematisieren. Dabei geht es um Motivation und um Selbstdisziplin. Das sind Themen, die mich seit meinem Psychologiestudium, das ich im letzten Jahr hundertmal abgeschlossen habe, interessieren. Ja, es geht nicht mehr lange und das doch eher mühsame Jahr 2020 ist das Ende. Wir alle wissen, dass jedes Ende auch einen neuen Anfang bedeutet. Inwiefern uns die Pandemie und ihre Folgen im Jahr 2021 beeinträchtigen, kann niemand von uns vorhersagen. Auch wissen wir nicht, was das Schicksal sonst noch mit uns vorhat. Eines ist aber sicher, wir sollten keine Energie mit Sachen, die uns ausserhalb unserer Kontrollen liegen, verschwenden. Stattdessen sollten wir uns, so geschickt wie möglich, an die sich ständig verändernden Bedingungen anpassen. In dem wir uns nämlich auf das fokussieren, was in unserer Macht liegt. Und damit wären wir auch schon bei der Thematik der guten Vorsätze. Denn gute Vorsätze sollten wir definitiv nur in diesen Bereichen fassen, die in unserer Macht liegen, die wir kontrollieren können. Es ist normal, dass wir gegen Ende des Jahres anfangen, über unser Leben nachzudenken. Ein Ende ist immer auch ein Moment, in dem man Bilanz zieht. Man blickt zurück und fragt sich, was man in diesem Jahr erreicht hat. Und nicht selten merken wir, dass wir diese Zeit seit dem 1. Januar letzten Jahr nicht wirklich optimal genutzt haben. Wir sind zwar ein Jahr älter geworden, haben aber das Gefühl, keinen Fortschritt zu machen. Während sich die Schulden nicht verringert haben, hat das Körpergewicht zugenommen. Man hat nicht mehr Zeit mit der Familie oder mit Freunden verbracht. Oder man hat auch nichts Neues erlernt. Die körperliche Leistungsfähigkeit hat man nicht verbessert. Und auch für das Gemeinwohl haben wir uns nicht wirklich mehr eingesetzt. Unsere Träume sind bislang Träume geblieben. Und wir haben nichts dazu unternommen, dass diese Träume jetzt zu konkreten Zielen geworden wären. Rückblickend fällt die Bilanz bei sehr vielen Menschen ernüchternd aus. Und genau daraus entsteht das Bedürfnis, der Drang nach Veränderung. So kann es nicht mehr weitergehen, schwören wir uns. Und fassen in bester Absicht Neujahrsvorsätze. Über 60% der Menschen machen das. Über 60% der Menschen nehmen sich für das neue Jahr etwas vor. Sie nehmen sich vor, etwas in ihrem Leben zu verbessern, zu verändern. Und rund 50% der guten Vorsätze stehen im Zusammenhang mit der körperlichen Fitness. Das zeigt sich auch daran, dass im Januar mehr Fitnessabonnementen gelöst werden, als in allen anderen Monaten im Jahr. Das Problem aber ist, dass 80% der Neujahrsvorsätze schon im Februar wieder geschickt sind. Also schon aufgegeben worden sind. Der Drang, Vorsätze zu fassen, entsteht übrigens nicht nur zum Jahreswechsel. Auch andere Ereignisse und Situationen können das Bedürfnis in uns nach Veränderung hervorrufen. Vielleicht haben wir ein inspirierendes Buch gelesen oder einen inspirierenden Film gesehen, der uns motiviert, eine Veränderung zu probieren, in unserem Leben eine Veränderung vorzunehmen. Vielleicht haben wir auch jemanden kennengelernt, der uns von seinem ersten Marathon erzählt oder uns erzählt, wie er Gewicht verloren hat. Und das tut er in einer begeisterenden Art und Weise. Und das begeistert uns auch, der Erfolg. Und wir sagen, das wollen wir auch können. Das versuchen wir doch auch. Und wenn ein Bedürfnis nach Veränderung in uns hervorgerufen wird, egal wie das Stand gekommen ist, dann ist das in diesem Sinne eigentlich immer auch ein emotionaler Vorgang. Wir stellen uns nämlich vor, wie wir uns verändern, wie wir selbst schon in Ihrem geistigen Augen sehen, wie wir beim Marathon über die Ziellinie springen mit erhoffnigen Armen oder wie wir nachher in einem Jahr den anderen Leuten erzählen, wie wir erfolgreich sportlicher geworden sind oder unser Gewicht verloren haben. Die nüchterne Betrachtungsweise wird in diesem Moment durch einen Scheinwerfer von Hoffnung überblendet. Es ist auch die motivierende Hoffnung, die uns die Energie verleiht, Vorsätze mit Begeisterung anzupacken. Wir lösen sofort eine Mitgliedschaft in einem Fitnesscenter oder kaufen uns die neuesten Laufschuhe oder bestellen uns zum Beispiel die gebundenen Ausgabe von Ilias und Odyssee vom Homer. Und das in festen Absicht. Wir sind überzeugt davon. Wir haben die Absicht, dass wir jetzt regelmässig ins Fitness gehen, in diesem Jahr mindestens einen Halbmarathon laufen oder wir endlich wissen, wer der Achilles, der Hector und der Patroklos wirklich waren. Das Problem aber ist, dass die Emotionen nach einer gewissen Zeit wieder schwinden und dadurch auch der anfängliche Enthusiasmus wieder nachlässt. Oft beginnt man mit viel Lärm, endet aber nachher ganz still. Menschen fassen Vorsätze, enthusiastisch und optimistisch, doch in der kürzesten Zeit schwindet die anfänglich gespürte Leidenschaft und man hört auf, auf das zu machen, was man sich eigentlich zu Beginn versprochen hat. Jetzt ist die erste Frage, die sich stellt, warum wir nicht in der Lage sind, unsere guten Vorsätze in die Tat umzusetzen. Warum geben fast ein Viertel von allen Menschen bereits in der ersten Januarwoche auf und weitere rund 50% folgen in den nächsten rund acht Wochen. Hier einige mögliche Gründe dafür. Erstens, ich habe es vorhin gesagt, Emotionen. Wie bereits erwähnt, werden gute Vorsätze nicht selten durch Emotionen ausgelöst. Obwohl wir Emotionen zum Entscheiden brauchen, Klammerbemerkung, das zeigt der portugiesische Neurowissenschaftler Antonio Rosa Damasio eindrücklich in seinem Buch Descartes Irrtum, lohnt sich zum Lesen, Klammer geschlossen, sie Entscheiden, die in völliger Abwesenheit von Vernunft und Verstand gefällt werden, in der Regel wenig Erfolgsversprechen. Wenn es an die Umsetzung von rein emotional gefälten Entscheiden geht, stellen wir oft fest, dass der Vorsatz zu gross ist, zu viel Arbeit erfordert oder dass uns zum Beispiel die Absolvierung von dem Marathon, den wir uns vorgenommen haben, gar nicht so wirklich am Herzen liegt, obwohl wir das in Silvesternacht nach einigen Gläsen Champagner doch grossmundig verkündet haben. Zweitens, unrealistische Ziele. Ein ungenaues, wags oder halbherziges Ziel ist genauso wenig sinnvoll wie ein zu grandioses Ziel. Ich will abnehmen, ich will mehr lesen oder ich will mehr Sport treiben, das sind Bullshit-Ziele. Was heisst das? Mehr. Solche Ziele lösen keine entsprechenden zielgerichtenden Handlungen aus, weil sie eigentlich gar keine Ziele sind, sondern lediglich eine vage Absichtserklärung. Das Ziel ist im Grunde aber unklar und somit auch der Weg zum Ziel. Ein anderes Problem ergibt sich, wenn ein Ziel zwar klar definiert, aber viel zu ambitioniert ist. Hier besteht Gefahr, dass wir unser Unterfangen sehr rasch wieder abbrechen. Wenn ich mich zum Beispiel als untrainierten Mensch das Ziel setze, innerhalb der nächsten 12 Monate einen 100 Kilometer Lauf in weniger als 14 Stunden absolvieren und ich nach zwei Wochen mit Mühe und Not drei Kilometer in 30 Minuten arbeite, dann merke ich relativ schnell, dass ich mir zu viel vorgenommen habe und dass ich mein Ziel nicht weiter erreiche. Das führt nachher zu Enttäuschung und Frustration, was wiederum zur gänzlichen Aufgabe von meinem Unterfangen führt. Und somit ist dieser Vorsatz Geschichte. Drittens, zu viele Ziele setzen. Nicht selten fassen wir uns zu viele Vorsätze. Wir wollen mehr lesen, mehr Sport treiben, mehr Geld sparen, wir wollen länger schlafen, wir wollen gesünder essen, wir wollen früher aufstehen, mehr Zeit für die Familie aufbringen, aufhören zu rauchen, weniger Alkohol konsumieren und so weiter und so fort. Jeder ernsthafte Versuch, einen guten Vorsatz umzusetzen, bedingt eine Veränderung von den bisherigen Gewohnheiten. Wenn ich in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig die Gewohnheiten verändern möchte, dann überfordere ich mich, und das ist zum Schütteln vorprogrammiert. Die Veränderung von Gewohnheiten ist ein langsamer Prozess und benötigt Selbstdisziplin. Wir Menschen haben aber kein uneingeschränktes Mass an Selbstdisziplin. Mit der Selbstdisziplin ist es nämlich wie mit Muskeln. Man muss sich diese Selbstdisziplin antrainieren, Schritt für Schritt besser werden, anstatt alles auf einmal zu wollen. Viertens, erwartungshaltung. Wir erwarten oft sofortige Ergebnisse. Und wenn wir sie nicht schnell bekommen, dann geben wir auf. Als ich als Fitnessinstruktor während des Studiums gearbeitet habe, habe ich das Phänomen hoffenweise erlebt. Gerade im Mai und Juni sind jeweils zahlreiche, junge Männer ins Fitness geströmt. Das mit einer klären Absicht, mehr Bizeps, mehr Brust- und Bauchmuskeln aufzubauen. Und das mit Blick auf die Pas-de-Saison. Nicht selten haben diese Männer nach etwa 4-5 Trainings zu mir gekommen und haben verlangt, ja, kannst du nicht das Trainingsprogramm anpassen. Ich sehe nämlich noch keine sichtbaren Erfolge. Also haben wir das Trainingsprogramm angepasst. Und nach 4-5 Trainings haben sie auch logischerweise immer noch kein Sixpack gehabt. Der Bizeps ist beim Anspannen immer noch nicht wirklich hochgestanden. Und die Brust war immer noch gleich flach wie vor 2-3 Wochen, als sie angefangen haben zu trainieren. Was haben die Leute gemacht? Sie haben gesagt, ja, das muss schneller gehen. Also muss ich Ergänzungsnahrung zu mir nehmen. Also haben sie von Ergänzungsnahrung gekauft, das zu meiner Freude, weil ich bei Umsatzbeteiligung war. Also haben sie Tonneweis Proteinbau für Weight Gainer, Kreatin usw. gekauft. Und nicht selten sind sie der Logik gefolgt, mehr Ergänzungsnahrung gleich, mehr Muskeln. Und das wiederum hat dazu geführt, statt zu einem Sixpack hat es zu Zunahmen von einer Fettschicht geführt. Und nicht selten habe ich diese Kunden nach rund vier bis sechs Wochen nicht mehr im Gym gesehen. Bis im folgenden Jahr, wenn sie wieder gekommen sind und sich der Ablauf wiederholt hat. Fünftens, Gewohnheiten, Gewohnheiten. Nicht selten stehen uns Gewohnheiten und unsere Denkweise der Erfüllung des Vorsatzes im Weg. Vor allem, wenn der Vorsatz erfordert, eine alte Gewohnheit zu ändern, neue Fähigkeiten zu erlernen oder etwas Neues zu machen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und es ist kein einfaches Unterfangen, neue Gewohnheiten aufzubauen, eine neue Verhaltensweise in unseren Tages- oder Wochenablauf zu bringen. Das bedeutet, dass irgendeine alte Verhaltensweise verschwinden muss. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, jeden Tag 30 Minuten zu lesen, so geht je 30 Minuten auf Kosten von etwas, was ich bis anhin gemacht habe, von einer bis anhin gelätten Gewohnheit. Ich kann zum Beispiel am Morgen vor der Arbeit lesen. Das bedeutet aber, dass ich eine halbe Stunde früher aufstehen muss. Ich könnte mir aber auch sagen, ich tue am Abend eine halbe Stunde lesen, um die Zeit nach eine halbe Stunde. Das geht dann aber wieder zum Beispiel auf Kosten des Fernseh- oder Social-Media-Konsums. Nüchtern betrachtet sollte es eigentlich kein Problem sein, diese 30 Minuten zu finden. In Realität braucht es aber eine gehörige Portion Selbstdisziplin, sich von alten Gewohnheiten zu trennen. Es gibt noch mehr Gründe, warum wir rasch aufgeben und gefasste Vorsätze nicht weiterverfolgen. Ich möchte mich jetzt aber der positiven Seite der gefassten Vorsätze widmen. Immerhin, immerhin haben rund 20% von all denen, die sich Neujahrsvorsätze machen, Erfolg. Darüber hinaus zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass die Wahrscheinlichkeit, sich positiv zu verändern, bei Menschen mit Neujahrsvorsätzen zehnmal höher ist als bei denen, die zwar ähnliche Ziele verfolgen und eine ähnliche, vergleichbare Veränderungsmotivation haben, sich aber nie einen entsprechenden Vorsatz genommen haben. Also, Vorsätze sind etwas Positives und 20% erfüllen. Und kommen wir jetzt darum zur zweiten Frage, wie gelingt es diesen 20% von den Leuten, ihre Neujahrsvorsätze erfolgreich umzusetzen. Als erstes sollten wir uns gut überlegen, welche Vorsätze wir uns fassen wollen. Vorsätze sollten nicht in Silvesten nachgefasst werden, sondern das Resultat sein von einer nüchtern Lagebeurteilung. Eine Lagebeurteilung, die wir zum Beispiel jetzt, Mitte Dezember, vornehmen. Ich muss mich fragen, was ich wirklich will. Es bringt mir gar nichts, wenn ich mir ein Ziel setze, das zwar erlaublich ist, aber gar nicht zu mir beziehungsweise zu der Person passt, die ich gerne möchte sein. Das sind halbherzige Ziele und halbherzige Ziele sind zum Schitteren verurteilt. Haben wir herausgefunden, was wir wirklich wollen, was uns wirklich wichtig ist, dann sollten wir den Ist-Zustand mit dem gewünschten Soll-Zustand vergleichen und uns überlegen, welchen konkreten Schritten es jetzt braucht, dass wir von diesem Soll-Zustand vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand kommen. Ich muss mir überlegen, ob ich in der Lage bin, die notwendigen Handlungsmassnahmen in meinem Alltag umzusetzen. Ich habe Zeit dafür. Gemäss einer neuen schwedischen Studie ist es signifikant einfacher, schlechte Gewohnheiten, zum Beispiel Rauchen, Konsum von Süssigkeiten zu verringern, als sich neue, positive Gewohnheiten anzueignen. Zum Beispiel anfangen zu Joggen, wenn man das noch nie gemacht hat. Anhand dieser Lagebeurteilung bin ich auch im Stand festzulegen, wie ein möglicher realistischer Aktionsplan aussehen könnte und was ich bereit bin, zu investieren bzw. aufzugeben, damit ich das mir jetzt gesetzte Ziel erreichen kann. Wenn ich diese Absicht festgelegt habe und ich mir wirklich sicher bin, dass ich das auch in der Realität umsetzen kann und nicht nur kann, sondern auch will, dann formuliere ich jetzt die Absicht so konkret und spezifisch wie möglich. Das heisst, das Ziel sollte messbar und erreichbar sein, so wie eine klare zeitliche Frischbeinhalte. Nicht sagen, ich will abnehmen, ich will Geld sparen oder ich will mehr Sport treiben, sondern bis am 31. Dezember 2021 will ich von 100 auf 92 Kilo runter. Oder ich will jeden Monat 1 Kilo verlieren. Oder ich will am 31. Dezember 2021 meine heutige Schulden von 10'000 Fr. auf 4'000 Fr. verringert haben. Oder ich will bis am 31. Dezember 2021 in Laag sein, 10 Kilometer in 60 Minuten zäcklen, 30 Liegestütze und 5 Klimmzüge am Stöck zu machen. Oder ich will bis am 31. Dezember 2021 12 Bücher gelesen haben. Wenn ich das Ziel festgelegt habe, breche jetzt die Ziele in Zwischenziele runter. Das können Tag, Woche oder Monats Ziele sein. Und ganz wichtig, überlegt euch gleichzeitig einen konkreten Aktionsplan, damit die Zwischenziele auch erreicht werden. Es sind nämlich nicht Ziele, die uns zu Sieger machen, sondern Gewinner und Verlierer haben in Regel die gleichen Ziele. Der Unterschied ist, dass Sieger die notwendigen Handlungsschritte zur Erreichung des Ziel unternommen haben, während Verlierer das verpasst haben. Ich nehme mir zum Beispiel vor, im Januar wollte ich 1 Kilo abnehmen, indem ich meine letzte Mahlzeit spätestens am 5 am Abend einnehme und meine erste Mahlzeit jeweils frühstens am 9 am Morgen oder ich verzichte im Januar während vier Tage immer am Montag auf Süsse Getränke Im Januar verzichte zum Montag jeweils auf Kaffee und Gipfel den ich im Bahnhof so schnee nehme im Februar und Mittwoch und im März und Freitag und April versuche jeden Tag auf Kaffee und Gipfel im Bahnhof zu verzichten und lege dafür 6 Franken in ein spezielles Kessel und so spare bis Ende Jahr oder im Januar mache jeden Tag zweimal Füffel Stütze im Februar zweimal acht pro Tag und im März zweimal elf pro Tag und so weiter und so fort Wenn ihr überzeugt seid dass euer Hauptziel euer Zwischenziel und die notwendigen Handlungsschritte realistisch und machbar sind dann macht ihr jetzt euer Hauptziel öffentlich Verzählt es eurem Partner erzählt es eurem besten Freund erzählt vielleicht eurem Arbeitskollegen erzählt euch von eurem Vorhaben oder teilt es sogar auf den sozialen Medien Mit diesem Schritt steigert ihr eure eigene Motivation Vorausgesetzt natürlich ihr seid keine Angsthase Wer sich aber nicht traut sein Ziel öffentlich zu machen wird das Ziel wahrscheinlich auch nicht erreichen Warum? Er ist selber nicht überzeugt davon weil wir einfach Angst vor dem Schitter sagen wir nicht Jetzt und jetzt geht es an die Umsetzung Haltet eure Fortschritte fest Notiert eure Erfolge Untersuchungen zeigt dass eine Selbstüberwachung die Wahrscheinlichkeit signifikanter erhöht den Vorsatz einzuhalten Wenn ihr das Zeug aufschreibt in einem Tagebuch könnt ihr stolz sein wenn ihr es anschaut Schaffet auch günstige Voraussetzungen in eurem Umfeld Wenn ihr zum Beispiel Gewicht reduzieren dann sollte in eurer Wohnung und in eurem Haus einfach keine Süssigkeiten mehr haben oder andere unnötige Naschereien Oder zumindest sollten die nicht einfach zugänglich sein Bewahrt zum Beispiel eure Gutzel im Käller auf statt griffbereit in der Küche Wenn ihr den Konsum von Süssigkeiten oder generell einschränken dann nehmt zum Beispiel einen anderen Arbeitsweg der nicht mehr die Bäckerei vorbeiführt die verlockende Nussgipfler entgegengeschaut oder am Kiosk schaltet Push-Nachrichten auf eurem Mobiltelefon aus wenn ihr ungestört lesen oder wenn ihr den Social-Media-Konsum verringert das ganz im Sinn von Führen nicht in Versuchung überlegen wo sie Versuchungen wo sie gefahren und dort ganz bewusst verringern Übrigens Untersuchungen zeigen dass 71% von allen den Leuten die Vorsätze erfolgreich umsetzen mindestens einmal einen Ausrutscher haben Wenn es euch also nicht gelingt ein Zwischenziel zu erreichen dann ist das kein Grund sich selbst Vorwürfe zu machen oder gar den Vorsatz oder gar ganz aufzugeben Man hat nicht versägt wenn man sich vorgenommen hat auf Süssigkeiten zu versichten und am Sonntag gönnt man sich einen Schokoladen Nein Im Gegenteil man hat Erfolg gehabt man hat nämlich während sechs Tage vom Montag bis Samstag auf diese Schokoladen verzichtet Also ein Erfolg Gesetz als Erfolg Fehler sind vorprogrammiert wenn man an einem Vorsatz arbeitet Tatsächlich zeigt eine Studie der Universität Scranton USA dass Menschen die erfolgreich an ihren langfristigen Vorsätzen festhalten dazu neigen mindestens 14 Mal einen Fehler zu machen das heisst 14 Mal ist das unerwünschte Verhalten wieder aufgetreten bis man eine neue positive gute Gewohnheit hat etablieren Seid euch bewusst dass ihr dran seid eine neue Gewohnheit aufzubauen das passiert nicht von heute auf morgen und verläuft nicht reibungslos gebt noch genug Zeit probiert eure Zwischenziele zu erreichen und wenn es mal nicht klappt probiert es einfach wieder steht wieder auf das ist doch kein Problem ein bekannter von mir ist ein grosser Ferrari Fan jedes Jahr ist er nach Maranello gereist zum Hauptsitz vor italienischen Cod Marken erkennt jedes Detail über die Firma und über die Renngeschichte sämtliche Motelle kennt Russwendig und noch viel viel anderes was zu Ferrari gehört aus seinem Kindheitstraum war es eine Ferrari zu besitzen aus seinem Traum wurde es ein konkretes Ziel mit einer konkreten Frist er legte sich einen realistischen Plan zurecht um sein Ziel zu erreichen sein Ziel war es nicht eine Ferrari zu leisen oder mittels einem Kredit zu erwerben nein sein Ziel war es eine Ferrari bar zu kaufen bar zu zahlen und so hat er angefangen vor 30 Jahren jeden Tag 15 Franken auf die Seite zu legen er ist nie am Mittag auswärts ins Restaurant zu essen stattdessen hat er immer eine sehr bescheidene selber mitgebrachte Mahlzeit eingenommen und im Alter von 55 war es so wie mit einem ersparten Geld hat er seinen Traum erfüllt rund 160 000 Franken hat er in 30 Jahren in kleinen Schritten auf die andere Dinge zu verzichten also fassen wir zusammen eine von fünf Personen setzt seine Neujahrsvorsätze erfolgreich um und dazu könnt auch dir gehören auch dir könnt einer von diesen fünf sein und damit knapp solltet ihr folgende Punkt beachten ich fasse noch einmal zusammen 1. Vorsätze müssen einem echten Bedürfnis einem echten Herzenswunsch von euch entsprechen ihr müsst das Ziel wirklich wollen erreichen lasst halbherzige Vorsätze die zu euch auf der Seite 2. Nicht zu viel Vorsätze fassen lieber sich auf 1-3 Vorsätze beschränken 3. Pro Vorsatz ein realistisches erreichbares und messbares Ziel formulieren was ich bis wann erreicht habe 4. sich einen konkreten Aktionsplan überlegen welche Handlungen kann ich und werde ich künftig umsetzen welche Gewohnheiten traue ich mir zu abzugewöhnen das muss ich mich fragen 5. nach günstigen Voraussetzungen im Sinn füren mich nicht in Versuchung 6. Macht eues Ziel publik wenn ihr nicht traut über eues Ziel zu reden dann habt ihr Angst vor dem Versagen und wenn ihr Zweifel habt dann habt ihr jetzt schon verloren siebentens setzten nicht Zwischenziel achtens haltet eure Fortschritte fest führt ein Tagebuch nutzt eine App kauft einen Fitness tracker und so weiter aber haltet eure Fortschritte fest neuntens baut die neuen Gewohnheiten kontinuierlich auf bzw. die alten Schritte ab lasst nicht Zeit probiert jeden Tag jede Woche jeden Monat ein bisschen besser zu werden viele kleine Erfolge ergeben am Schluss einen grossen Erfolg und zentens denken daran Fehler ausrutschen sind vorprogrammiert wenn man Vorsätze umzusetzen lasst nicht entmutigen im Gegenteil nehmt all das was ihr bis jetzt gemacht hat als Motivation und sagen das ist eine Herausforderung dass sie jetzt noch besser werden also lasst nicht wegen einem Ausrutscher entmutigen im Gegenteil fahrt weiter und sagen die nächste Woche mache es noch besser als die vorige Woche und die übernächste Woche noch besser und so kommen ihr aufs Ziel also jetzt überlegt euch was dir vornehmen in welchen Bereichen dir ein besserer Mensch wirklich besserer werden und ich bin überzeugt dass ihr es schaffen so wie rund 20% andere sollen arbeiten und ich hoffe euch meine Ratschläge haben noch ein Haufen Kleid dabei und in diesem Zusammenhang noch eine Buch Empfehlung kommt man in Sinn ein Buch von James Clear geht genau in die Richtung die 1% Methode mit minimaler Veränderung zu maximaler Erfolg oder in Englisch Atomic Habits Der Clear zeigt meisterhaft auf wie man in ganz kleinen Schritten mit minimaler aber stetiger Veränderung grosse Erfolge erzielen Das Buch ist 2018 erschienen und ich finde es extrem inspirierend Das Buch ist eines der besten Bücher die ich in dem Jahr 2020 gelesen habe Wenn ihr den Link zu Clear seiner Webseite findet ihr und zu seinem Buch findet ihr wenn ihr auf meine Webseite geht findet ihr auch die anderen Quellen Angaben also wenn ihr auf meine Webseite geht www.müller matthias.ch müller m u e geschrieben dann findet ihr dort die verschiedenen Quellen Angaben Also that's it Es hat mich gefreut dass ihr reingeschaut hat und es würde mich natürlich freuen wenn ihr auch in der Woche wieder oder so schicken mein ist beim Stoischen Pirat reingeschaut und mit mir auf die Reise kommen auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben Merci viel Mal Bis Glein that's it films 僕 whatever i You I I I